Wie funktioniert Companisto? Sind dir wirklich Renditen von 40-70% pro Jahr möglich? Welche Risiken gibt es und worauf sollte man achten? In diesem Video zeigen wir dir alles, was du zur deutschen Growth Investing Plattform wissen musst. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, würden wir uns sehr über ein Like von dir freuen. Legen wir los! Was ist Companisto? Bei Companisto handelt es sich um eine Crowd Investing Plattform, die 2012 von zwei Berliner Rechtsanwälten gegründet wurde. Hier hast du die Möglichkeit auch mit kleinen Beträgen in Startups und Wachstumsunternehmen zu investieren, um an Gewinnen beteiligt zu werden. Während eine regelmäßige Dividende durch Gewinn-Ausschüttungen zwar möglich ist, liegt das Hauptziel der Anlage allerdings in einer hohen Rendite durch den Verkauf eines Unternehmens oder eines Börsenganges, dem sogenannten Exit. Dabei entstehen dann die angestrebten enorm hohen Renditen. Neben dem Netzwerk für kleine Investitionen gibt es außerdem den Companisto Business Angel Club, in dem du auch größere Beträge ab 25.000 Euro in einzelne Unternehmen investieren kannst. Bei der Auswahl der Unternehmen legt Companisto Wert auf Innovation und sie kommen häufig aus dem Tech-Bereich. Die Auswahl an investierbaren Projekten ist allerdings überschaubar. Companisto legt größeren Wert auf die Qualität als auf die Quantität. Aufgrund des strengen Auswahlverfahrens schafft es nur 1 von 100 Unternehmen in das Portfolio. Companisto ist die führende Crowd Investing Plattform im deutschsprachigen Raum. Einen Link findest du, wie immer, unter dem Video. Unterschied gegenüber anderen Crowd Investing Plattformen Beim klassischen Crowd Investing vergeben die Anleger einen Kredit und erhalten eine Verzinsung. Bei Companisto ist das anders. Hier erwirbst du mit deiner Anlage Anteile am gewählten Unternehmen. So profitierst du anteilig an den laufenden Gewinnen und, noch viel wichtiger, an den Verkaufserlösen aus dem Exit, dem Hauptziel des Companisto Investments. Wie funktioniert ein Investment bei Companisto? Ein Investment in eines der auf Companisto gelisteten Unternehmen erfolgt einfach in 4 Schritten. 1. Registrierung auf der Plattform. 2. Auswahl aus den bestehenden Angeboten. 3. Investition von mindestens 250 Euro in das ausgewählte Unternehmen. 4. Erhalt der Unternehmensbeteiligung. Das alles läuft komplett online. Business Angel Club. Neben dem öffentlichen Bereich auf Companisto gibt es zudem den exklusiven Angel Club. Hier hast du als finanzstarker Investor die Möglichkeit größere Summen ab 25.000 Euro in einzelne Unternehmen zu investieren. Mitglieder des Angel Clubs erhalten Vorzugskonditionen und Zugang zu exklusiven Beteiligungen. Bei förderfähigen Unternehmen besteht zudem die Möglichkeit, den staatlichen Investzuschuss in Anspruch zu nehmen. In dem Fall werden dir 20% deiner Investitionssumme erstattet. Ein weiterer Vorteil des Angel Clubs ist das Netzwerk. Im Companisto Angel Room können sich die Mitglieder untereinander austauschen. Zudem gibt es interessante Veranstaltungen deutschlandweit und die Möglichkeit Unternehmen zu besuchen, für die Finanzierungsrunden angeboten werden. Welche Renditen sind möglich? Startup Investments sind Wagniskapital Investments, deren Ziel es ist, den Investmentbetrag zu vervielfachen. Dem steht natürlich auch ein erhöhtes Risiko gegenüber, auf das wir gleich noch eingehen werden. Die hohe Rendite wird dadurch erzielt, dass die Beteiligung, die du an dem Unternehmen hältst, zum Verkauf des Startups oder bei einem Börsengang zu einem vervielfachten Preis verkauft wird. Schaut man durch die aktuellen Angebote bei Companisto, die wir dir unter dem Video verlinken, sieht man, dass die angestrebten Gesamtrenditen je nach Projekt zwischen 250 und 700 Prozent liegen. Die angestrebte Zeit bis zum Exit liegt dabei zwischen 3 und 5 Jahren. Ein Beispiel Investment Zum Zeitpunkt des Videos sind über die Companisto-Plattform Investitionen in 5 Startups möglich. Eins davon ist AIUI, ein Anbieter für Software zur Erstellung und zum Management von künstlicher Intelligenz ohne Programmierkenntnisse. Beim angestrebten Exit soll die Gesamtrendite 700,25 Prozent betragen und er ist in einem Zeitraum von 4 Jahren geplant. Die Companisto-Klasse ist ein B. Mehr dazu erfährst du gleich, wenn es um die Sicherheit geht. Das angestrebte Finanzierungsziel, das mit den Companisten erreicht werden soll, ist 1,65 Millionen Euro. Kommt diese Summe nicht zusammen, wird das Geld an die bereits investierten Companisten zurückgezahlt. Wie sicher ist ein Crowdinvestment bei Companisto? Wie immer steht einer hohen möglichen Rendite auch ein erhöhtes Risiko gegenüber. Ein Totalverlust ist möglich. Da die Investition nicht jährlich getilgt wird, wie bei einem Kredit, bleibt dein Geld die gesamte Zeit bis zum Exit vollständig im Unternehmen. Außerdem kann die Rendite beim Exit geringer ausfallen, als zunächst geplant. Ebenso ist es möglich, dass der Exit verspätet oder gar nicht stattfindet. Aus diesem Grund verteilen erfolgreiche Investoren ihre Investments auf möglichst viele Startups. Dadurch wird das Risiko minimiert und nicht erfolgreiche Investments können durch die Renditen der erfolgreichen ausgeglichen werden. Risikobewertung in Companisto-Klassen Damit du das Risiko der angebotenen Projekte leichter einschätzen kannst, werden bei Companisto alle Startups in die Companisto-Klassen A bis E eingeteilt. A bezeichnet dabei die Klasse mit dem geringsten Risiko und E die mit dem höchsten. Bewertet werden folgende Kriterien Liquidität, Profitabilität, Umsatz, Management, Intellectual Property, also zum Beispiel Patente, Kunden und die Gesellschafter des Unternehmens. Ein höheres Risiko bedeutet nicht unbedingt, dass das Investment weniger attraktiv ist. In der Regel bestehen bei diesen auch erhöhte Gewinnchancen. Mit den Companisto-Klassen kannst Du das Chancen- Risiko-Verhältnis leichter einschätzen. Kosten und Gebühren Alle Investments auf Companisto sind kostenlos und es entstehen auch keine laufenden Kosten. Nur wenn Du Gewinne machst, verdient Companisto Geld. In dem Fall wird eine Gewinnbeteiligung von 15% berechnet. Das unterstreicht das Bestreben von Companisto, möglichst erfolgreiche Unternehmen auf der Plattform anzubieten. Vorteile und Nachteile Die Vorteile Keine Gebühren für den Kauf und keine laufenden Kosten Hohe dreistellige Gesamtrenditen möglich Investitionen sind schon ab 250 Euro möglich Und exklusiver Angel Club Die Nachteile Keine feste Laufzeit Keine feste Rendite Kein Handelsplatz für Investments, wenn Du früher aussteigen möchtest, Totalverlust möglich, Streuung ist daher wichtig Lohnt sich Companisto? Unsere Bewertung Companisto ist die führende Crowd Investing Plattform im deutschsprachigen Raum. Hier findest Du interessante Investitionsmöglichkeiten in Startups und junge Unternehmen, deren Ziel es ist, das Kapital innerhalb eines Zeitraumes von drei bis fünf Jahren zu vervielfachen. Wie immer steht auch hier den sehr hohen Gewinnchancen ein erhöhtes Risiko gegenüber. Du solltest Dich also über die Unternehmen, in die Du investieren möchtest, sehr eingehend informieren. Viele Informationen erhältst Du schon bei Companisto. Mit der Companisto-Klasse bekommst Du zudem auch eine erste Risikoeinschätzung. Außerdem solltest Du möglichst breit streuen, um das Risiko zu verteilen. Bei einer Mindesteinlage von nur 250 Euro ist das leicht möglich. Als Altersversorger ist ein Investment über Companisto sicherlich nicht geeignet. Wenn Du aber das Risiko nicht scheust und auf hohe Renditen aus bist, kann Companisto eine extrem spannende Möglichkeit sein. Einen Link findest Du wie immer unter dem Video. Hast Du noch Fragen zu Companisto oder zu Crowdinvesting allgemein? Dann schreibe uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Und wenn Dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Like von Dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.